Boah, das sieht übel aus für mich. Pavel! Hefrina! Ja, versenkt. Wenn hier ein Sole vorkommen wäre, wäre es halt nice. So ist halt echt... Was ist dein Problem? Bücher. Bücher. Produzierst du jetzt? Wieder durchgehend. Der Weg ist zu weit. Können wir da noch sinnvoll Indigo rein? Natürlich nicht. Also brauchen wir noch eine Noria. Komm, wo bist du? Ich habe nie damit gerechnet, dass mir jemand zwei Jahre zuguckt. Muss ich mir was überlegen, tatsächlich. Platin. Nach Gold kommt Platin. Was ist da los? Nicht genug Seile. Wisst ihr's recht, Leute. Und die sind ja nur noch zu zweit. Was? Also, let's go. Also, let's go. Ich bin auch ein MIND. Deine, die es nicht so schwögar ist. Das ist ein MIND. Bleib am Lieben! Nein! Ich verkaufe meine ganzen Seine, deswegen habe ich jetzt gar nichts. Um da ständig Schiffe zu bauen. Wer hätte gedacht, dass wir uns so schnell wiedersehen. Eine Erleichterung, nicht wahr? Ich muss jeden Hafen jetzt ausbauen. Auf geht's. Jagd ihn. Next. Warum hat Henni plötzlich so viel Bier dabei? Was ist da wieder passiert? Der Alte, ne? Ist er einmal kurz in Venedig, was macht er? Bier kaufen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So, wir brauchen mehr Indigo. Viel mehr. Und ich habe keine Werkzeuge hier mehr. Es wird immer besser. Du kannst nicht mithalten, weil du angeschossen bist. Das ist natürlich bitter. Aber okay. Entweder wir dürfen bei euch. Jaja, ihr verpisst euch von alleine wieder. Haben wir auch schon gelernt. Und ihr nehmt partout kein Salz mit. Na, ich habe aber auch eins mehr. Aha. Die Kühe gehen aus. Ich habe übrigens nach einer... Fünf? Ihr wollt fünf? Ja, GG, ey. Ähm, nach einer längeren Pause weitergemacht mit, ähm, das Rad der Zeit zu gucken. Ähm... Hat das jemand von euch schon durchgezogen, die Serie? Sie ist ja jetzt nicht so geil. Aber irgendwie möchte ich dann doch wissen, wie es ausgeht. Oh. Es ist nur ein Bescheid. Wie jetzt? Bier hast du als... Ach, nee. Danke. Hm. Ja. Weg sollte man auch noch möglicherweise anschließen können. So. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ein Mitspieler hat neues Land erschlossen. Was? Ja, es gibt tatsächlich noch diese Inseln. Hier wäre noch Honig, wer weiß. Wir sollten eigentlich auch gucken... Das war die Vulkaninsel, ne? Die so geil ist. Das wollte ich eigentlich auch tun, dass ich mir die noch klau. Jetzt sollen wir noch ein paar Adelige einziehen hier. Noch mehr Kohle. Auch wenn es erstmal Geld kostet. So, wie schaut's aus? Kriegen wir nochmal ein Schiff? Ja. Schiffsbau abgeschlossen. So, wir brauchen einen Namen. Ja, hier. Rina. Kriegsschiff. Seid ihr wieder alle heile? Hm. Seid ihr wieder alle heile? Ja. Spiel gespeichert. Mal den hier. Na? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Fahr doch mal an den Kran ran. Jetzt. Und wir müssen dann in den Orient jetzt aber auch gleich noch... Werkzeuge. Und wenn wir Piraten unterwegs finden, dann ballern wir sie weg. Ist noch eins hier? Ja. Komm noch mal eins. Ist immer noch Salz. das scheint ganze mal weiter zu laufen hier okay das ist blockiert das kann ich markthaus können sie nicht blockieren wird auch da bleiben so ihr hier wieder sollte ich vielleicht auch noch mal euphorisch wach und geld kostet das gerade keine werkzeuge da habe ich euch alle ich habe mich gar nicht euphorisch doch die adeligen haben euphorisch ziehen ein zieht ein los wo sehe ich wie viele ich habe adelicke neue gebäudeauswahl wurde vergrößert genau darauf wollte ich hinaus das wollte er wahrscheinlich pelzmäntel haben gut gemacht der fortschritt in eurer stadt ist für jedermann sichtbar pelztier jagdhütte am flussbräuch richtigen werden benötigt pelze und salz ja das wäre ja wieder ein job für die insel hier drüben da geht noch was ans fluss bett hin und jagen können wir hier meines wissens auch ja und dann ist ja auch gebaut so dementsprechend muss ich unbedingt noch was kann man denn inseltechnisch noch erschließen hier wäre noch eine kleine das ist nix das sind ja schon die hier am ehesten aber gut das bringen erstmal die werkzeuge hier rein das leben hier lässt noch die ein oder andere annehmlichkeit vermisst einer ihrer betriebe stellt eine einfälle sind immer die allerbesten danke 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 ich weiß ja 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 hast recht so und dann bauen wir hier indigo an indigo indigo welches bau vorhaben plant ihr habe ich doch gerade gesagt hör zu ich 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 Jetzt bist du still. Warum? Was? Lotti, hallo. Streamst du nicht selber? Es ist nur, es ist nicht still, es ist nur, äh, hoch ätzend konzentriert. Tonung auf ätzend. Krieg ich da noch ein Feld rein? Ja, 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 ja. Das ist nicht gut. Äh, scheiße, können wir das irgendwie noch optimieren? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja. Ja. So. Ehrlich, ob da jetzt der Holzfäller funktioniert? Mir ist so egal. Wo ist meine Flotte? Warum schießt ihr nur eins? Wo seid ihr denn? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Penny im Kampf. Nee. Sich so abhängen lassen? Jeder Mann auf diesem Schiff. Das wäre halt echt... Hier wäre... Nee, hier ist auch keine Insel mehr. Die und die. Die hole ich mir wegen Honig. War es auch immer, ich Honig brauchen werde. So. Lock ihn ran. Lock ihn rein. Eine gegnerische Klocke bringt in ihr Hoheitsgebiet her. Verschwindet. Verschwindet. Ich dachte, der wäre stärker, der der Turm. Ist ja nichts gegen Schiffe. Hierbei benötige ich eure Unterstützung. Nein, Lottie wird versenkt. So eine Scheiße. Was kostet ein richtiger Abwehrturm am Wasser? 15 Stein habe ich nicht. Nimm mal Steine mit. Ja, lass die Werkzeuge mal drin von mir aus. Nein, sie lebt noch. Ja, sie lebt noch. Die Jagdflotte ist unterwegs. Park mal. Uuuuh. Uuuuh. Boah, ich hab gerade gedacht, ich hab noch einen. Ihr werdet beobachtet. Wusstet ihr das? Ach. Schiffsbau abgeschlossen. Oh. P commitment. Oh. Müsst ihr mir jetzt sagen, da fehlt ein Millimeter? Ja. Ich bin ja in einer Jagdmission und merk's nicht. Was für einer? Nein! Sorry Lottie. Das könnte mir aber die Möglichkeit eröffnen, diese Mission hier zu gewinnen. Ihr müsst ein bisschen vorausschauender fahren. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Könnt ihr überhaupt auf das Schießen so schnell wie der ist? Wir fahren jetzt einfach nur hinterher. Das wird langsamer. Wir haben das abzufassende Schiff zerstört. Ja und jetzt verpissen wir uns. Oh nein, ich hab das Treibgut vergessen. Da sind zu viele. Wo wollte ich das Zeug hinbringen hier? Fahrt ihr mal bitte hier vorbei. Wenigstens. Ich glaub, du bist alleine schneller, oder? Auch nicht wahr? Ich brich vier jetzt schon mal hier hoch. Und du halt noch auf Umweg hier vorbei. Wem folgt ihr? Mein Kriegsschiffen. Wo ich halt gefühlt noch zwei brauche. Warum baut ihr die nicht? Seile. Da kaufe ich noch Seile. Vielleicht soll ich einfach nochmal mehr produzieren. Drei gegen vier. Plus zwei Türme. Das gibt wieder Verluste. Vollgas hier hoch. So. So. Derweil können wir dann hier Abwehrtürme bauen. In der Hoffnung, dass dann Schluss ist. So. Und du übernimmst die tode Route. Die Kaffee Route, ne? Die steht hier gar nicht. Doch, hier. Kaffee hat kein Schiff mehr. Das macht dann die... Du hast doch keinen Namen. Die Jelma? Wer hat noch was im Chat geschrieben? Ach komm, du bist dann wieder die neue Lottie, ne? Lottie... Lottie... ...Karotix ist für Kaffee zuständig. So. Erstmal einen Schuss Reichweite bringen. Ich müsste das angreifen. Eine gute Schiffe steht hinter der Schiff. Boah, ist das so übel aus für mich. Hau weg! Heffrina! Versen. Kissst du dich? Hä? Nicht da bleiben. So, also jetzt haben wir hier einen Abwehrtuch. Jetzt hier, wo es immer knallt, haben wir jetzt... Was ist das? Was ist das, was mir zusteht? Das da. Der andere hat sich verpisst, der Feigling. So, Seile. Benötigt Hanf, produziert Seile. Haben wir noch Hanf? Auf dieser Insel ist nie Hanf vorrätig, ne? Nie. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Da ist er. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist denn der Seilmacher? Bring mal dich noch irgendwo unter. Ja, hier. Was? Treibgut? Da war Treibgut. Ach Gott, wir müssen die Musik... Die Mission noch abschließen. Ein Gewitter bedroht Ihre Stadt. Meine? Nee? Wäre es doch gut, wenn es hier mal regnet. Prima! Da liegt auch Treibgut. Was für ein Gekrakel. Vielleicht findet sich irgendwo ein Abnehmer. Jo, Flotte. Ähm, hier. Einer Ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ich sagte Flotte. So. Jetzt sagen auch noch die Datteln GG. Ey, läuft bei mir. Der Sultan macht euch diese Baupläne zum Geschenk. Danke, alter Sultan. Echt nett von dir, Tatteln. Brauch mal aber jetzt trotzdem. Ja, PiSG. sagte Fußball. Untertitelung des ZDF, 2020 Minus 86, ich habe alle euphorisch gestellt, ne? Die Brunnen einer Noria lehren sich. Noch kann ich mir das leisten, die Noria zu füllen. Oh, ihr seid nur noch ausgeglichen. Also Adelige zu füllen, okay, okay, das ist ja dann, ja hier, keine Pelzmäntel. Was ist denn hier das Problem? Hat mir voll auf einmal. Kein 3 zu 1 mehr? Ja, optimal. Dann bauen wir noch eine Rösterei. Schiffsbau abgeschlossen. Wo macht das Sinn, die hinzubauen? Eigentlich nur hier. Ihr seid wahrlich ein guter Mensch. Danke, das wissen wir doch alle. Sonst wären wir nicht hier im Stream. Lol. So, die Kaffrina ist wieder gebaut. Ganz zur Flotte stoßen hier. Das denkt nicht nur deine Mom. Pelzmäntel. Wir könnten es ja mal angehen. Generell müsste ich da mal die Rute überarbeiten. Und zwar diese hier. Schmeiß mal Schmeiß mal den Salz raus. So, das ist dann Brot. Hier. Hört sich wichtig an, ne? Kleider. Wir machen jetzt aber noch ne Wir schmeißen dann den Morbus Willi hier mal raus. Warum Morbus Willi? Den kann ich mir merken. Und so hinzufügen hier. Du und du. Und hier laden wir dann ein Salz. Korsaren greifen eines ihrer Schiffe an. Und dann später Korsaren greifen eines ihrer Schiffe an. Die Korsaren geben wir so auf den Sack. Und in Goldfurt lagern wir das halt wieder aus. So, und das macht die Morbus Willi. Ein ganz und gar ehrenhaftes Geschäft. Habt ihr euren Seid bedankt für eure tatkräftige Unterstützung. Wo ist jetzt die Kaffrina hin? Ich bin fürsorglich von euch. Wirklich heldenhaft. Hallo? 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 Sie ist angeschossen? Was hast du gemacht? Warte mal, warte mal, warte mal. Angriff. Ja! Wie er gleich abhaut! Ein Stück. Was ist jetzt passiert? Angriff. Los! Attacke! Ich wollte doch nur die Insel besiegeln. Ja, was willst du? Ich brachte die... Natürlich die feindliche Flotte. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Und welchen von euch? Aha. Hier gegen vier. Hier gegen drei. Und er hat die besseren Schiffe. Können wir aber auch gerade noch warten, bis das nächste Kriegsschiff fertig ist. Ihr fahrt hier lang. Müsste sich einer reparieren lassen von euch? Nein. Trotzdem, eben mal kurz chillen. Vielleicht können wir uns auch mal Kanonen oder sowas einkaufen. Ihr seid hier immer gern gesehen. Irgendwie was Cooles. Erhöht die Sichtweite für den Arsch, ja? Schiffsbau abgeschlossen. So. Gloriana. Auf geht's. Müssen wir hin? Hier. Ja. Eine Produktion kommt zum Erliegen. So, Leute. Und ich muss demnächst aufhören, leider. Aber wir haben ja auch gleich null Uhr. Denn der Kleine macht wieder Terz. Was ist denn eigentlich euer Problem hier? Ihr wollt doch gar nicht weg. Ihr wollt doch kämpfen. Wie ich nichts erreicht habe, ey. Ohne Witz. In der Runde. Na ja, immerhin paar Adlige angesiedelt. So, Pelzjäger. Er muss dann wahrscheinlich hier ran. Das können wir schon mal setzen. und kein Geld. Und kein Geld. Geh schon los. Oh, da hast du die Rechte abgeballert. Ja, nice. Und die Flotte guckt sich das hier nicht mehr lange an. Schon gemerkt, dass ich komme. Müsstest nur alle gleichzeitig auf das gleiche Schiff schießen. Spiel gesichert. Nein, das ist ja ein Schiff. das geht schon wieder die kaffrina drauf aber nicht nur die rand und gloria du musst es einfach herhalten, es tut mir leid gloria so eine scheiße so, wie kommen wir jetzt wieder an geld, wir können natürlich jetzt wieder die steuern machen, ne, ausziehen sollt ihr nicht, die sind eh ausgeglichen, das mutgeld bringt uns schon mal ins los, aber wohin, zum sultan, let's go, aber wir können ja hier noch die steuern hoch machen nee, nee, nicht ausziehen und euch wow, minus, was wieso minus militärkosten haben, schiffkosten, ja okay unterhalt für ihre gebäude jetzt ist es ein plus ich bin weniger als nichts neben dir so, du gehst jetzt nicht die mission mit erledigen, du gehst dann zum reparaturkran hm, da helfen nur diebe und was kostet uns der spaß 1600, das würde ich gerne heute noch hinkriegen weil sonst vergesse ich das weil ich glaube, wir können nächste woche kein 1404 spielen zu viel zu tun mit der Witcher flaschenpost, ja wohin, es gibt ja nur drei möglichkeiten oder zu den piraten vier möglichkeiten wie du bringst indigo zurück heißt das heißt das, hier ist das lager voll mit indigo einer ihrer betriebe stellt keine wahren mehr her hab ich noch bücherprobleme ja ich verkaufe bier, es ist so traurig ähm bis komm, verkaufe mal 100 Tonnen Waffen das gibt bestimmt einen Haufen Kohle jetzt haben wir plötzlich extrem viel Leder den verkaufe ich aber nicht na dann bis zum nächsten Mal ciao gesetzlose macht's gut könnten wir da ein bisschen Werkzeuge verkaufen das gibt auch sehr gut Geld machen wir auch bis 100 Tonnen dann hat sich das kohletechnisch auch gleich wieder erledigt kohle die ich nie hatte, ich hab genug Kohle dieser bedeutsame Auftrag, mit dem ich euch betraute ist Danke Schukran ihr habt dem Sultanat einen großen Dienst erwiesen mein Dank für deine Tat soll sein ein kleiner Reim für dich allein der Typ ey, der gehört eigentlich als erstes weggeschossen dürfte ich gnädigst in deine Dienste treten ein Bündnisvertrag an kann ja jederzeit brechen, ne dieser Tag wird mir in ewiger Erinnerung bleiben das ist wahre Nächstenliebe ha 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 ihr wüsstet, was ich mit euch vorhab ihr Penner also hier los Adelige ziehen aus die Pest ist da Pest ist da wo ist mein Krankenhaus Medikus erreicht ihn nicht aber der hier ist doch noch einer hier ist alles gut so Lass uns mal die Radvizia euphorisch machen soll ich noch mal aufsteigen kann ich mir auch leisten so 4000 4.000 mittlerweile dann machen wir das jetzt noch eben also du brauchst ja nur Salz ne gestellt und Ding ah halt du musst ans Wasser also es geht ja da nur hier so was super scheiße ist aber mal gut ist halt so hier würde es auch noch gehen so 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 Salz müsste ich jetzt auch nicht unbedingt mehr ja ok wie ist die Kohle abgeraucht das hat aber auch jetzt mit den das kommt jetzt aber wieder ne das lassen wir erstmal so also die Minimalproduktion steht ihr könnt Klamotten produzieren so und damit war es das von meiner Seite heute von mir hier wir raiden aber noch irgendjemand Speichern 6 Stunden 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 6 6